Am Ende dieses Videos wirst du wissen, wie man alle möglichen Dinge schneller und effektiver erledigt. Dieses Video könnte tatsächlich sogar eine große Veränderung in deinem Leben sein. In diesem Video kriegst du eine 8-Schritte-Formel, um dich besser zu fokussieren, was dir in verschiedenen Bereichen deines Lebens weiterhelfen kann, wie zum Beispiel, wenn du Zaubern übst oder andere Aktivitäten. Ich habe jetzt Zaubern gesagt, weil das ja schließlich das Hauptthema von meinem Kanal ist. Ich bin Jamie und in den nächsten paar Minuten werde ich dir erklären, wie du dich besser fokussieren kannst. Aber was eigentlich genau ist überhaupt Fokus? Ganz einfach, wie schon vorher auch gesagt. Fokus ist, du kannst in weniger Zeit mehr Dinge erledigen. Du kannst quasi in den sogenannten Fokus-Modus eintauchen. Hier lässt du dich nicht ablenken und du arbeitest ganz konkret an deinem Ziel. Wir kennen es ja zum Beispiel alle, du bist irgendwie schulisch engagiert oder arbeitlich engagiert und du hast eine Aufgabe bis zum nächsten Tag. Du hast aber noch nicht angefangen, obwohl ihr dafür schon zwei Wochen Zeit hattet. Und ich denke, wir hatten alle mal diese Situation, wie wir uns dann hingesetzt haben und wir haben einfach gearbeitet, ohne dass wir uns abgelenkt haben von unserem Handy. Einfach, wir haben einfach daran gearbeitet. Und das für mehrere Stunden, vielleicht zwei bis sechs Stunden am Stück. Und dass du in diesen Modus kommst, hat oft zwei Faktoren, zwei große Faktoren. Natürlich auch kleinere, mehrere, aber hauptsächlich zwei größere Faktoren. Der erste ist natürlich die Deadline. Du hast eine Deadline, bis es quasi fertig sein muss und du hast einfach oft noch nicht einmal begonnen. Das heißt, du weißt jetzt auch ganz klar, was du machen sollst. Und du weißt auch, du musst es machen bis zu dieser Deadline. Und so baust du dir Druck auf. Und Druck ist wirklich sehr, sehr gut, was das angeht, um in den Fokusmodus reinzukommen. Der zweite Faktor ist die Wichtigkeit der Aufgabe. Diese Aufgabe hat etwas mit Schule oder Arbeit zu tun. Natürlich musst du es machen. Das ist natürlich wichtig, um eventuell eine bessere Note zu bekommen, Gehaltserhöhungen oder auch einen guten Eindruck bei deinen Arbeitskollegen zu machen. Und gleich werde ich dir den Acht-Schritte-Plan vorstellen. Und bedenke, manche dieser Schritte wird für euch jetzt erstmal nicht logisch, nicht plausibel vorkommen, aber ich kann zu jedem auf jeden Fall was sagen. Und jeder Schritt ist auf jeden Fall wichtig, um perfekt in den Fokusmodus reinzukommen. Wir fangen an mit Schritt 1 und lass es auf die Toilette gehen. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht auf die Toilette gehen. Okay, warum? Das muss ich nicht machen. Aber es ist tatsächlich so, sobald du quasi zwischendurch auf Toilette musst, während du in deiner Session bist quasi und du gehst einmal auf Toilette oder du stehst einmal auf und dir was zu trinken und so, kommst du aus dem Fokusmodus raus und es dauert lange, bis du dir den wieder aufgebaut hast. Und deswegen am besten vorher auf Toilette gehen. Schritt Nummer 2 ist das Eliminieren von unnötigen Dingen. Unser Unterbewusstsein nimmt so viel auf einmal wahr, so viele Einblicke, die unser Auge zum Beispiel hat, Gerüche, Ton und so weiter. Und wir wollen dies, soweit es geht, eliminieren. Es geht aber natürlich auch um Ablenkung. Wenn du also quasi ein Handy hast oder irgendwelche anderen Sachen am Arbeitsplatz liegen, dann wirfst du dich davon ablenken. Also Schritt Nummer 2, dass du alles Unnötige, was nicht mit deiner hervorstehenden Aufgabe oder Tätigkeit zu tun hat, einfach wegzunehmen. Ich sage nicht mal, dass du es aus deinem Raum packen sollst, was viele sagen, aber einfach aus deinem Sichtfeld, wo du zum Beispiel in den nächsten paar Stunden nicht mehr hinguckst. Aus deinem Arbeitsplatz, wo du hinguckst. Also wenn du dich zum Beispiel umdrehst, dann sieht man bei mir auch ganz viel und so. Und dann könntest du vielleicht theoretisch auch abgelenkt werden, aber einfach die Dinge weg. Weg von deinem Arbeitsplatz, weg von deinem Schreibtisch, weg von deinem Sichtfeld. Es ist aber auch andersrum genauso bei, wenn du zum Beispiel mehrere Monitore hast oder auf deinem PC und du hast Netflix noch offen. Das solltest du natürlich auch ganz schnell schließen. Also alle unnötigen Dinge, die du nicht brauchst, weg. Es gibt natürlich auch Sachen, die fest dran sind, wie zum Beispiel meine Lichter hier, Keylights und so. Also die läst du natürlich dran. Ich denke aber nicht, dass man sich davon ablenken lässt. Schritt 3, du machst es umgekehrt. Du nimmst alles, was du brauchst für deine Aufgabe und holst sie an deinen Platz ran. Ist, denke ich mal, selbsterklärend, aber du nimmst einfach alles, was damit zu tun hat und holst es einfach an deinen Arbeitsplatz ran mit der Aufgabe. Du kannst sie auch essen und trinken holen natürlich. Das geht natürlich auch. Also alles einfach, was du brauchst, um die Phase zu überstehen und dein Ziel zu erreichen. Ich weiß nicht, wie ich ganz den nächsten Schritt formulieren soll. Ich denke einfach mal, ich nenne das Braindump. Braindump heißt ja erstmal, dass du quasi alles rausschreibst aus deinem Gehirn. Also was gerade in deinem Kopf einfach so rumschwirrt, dass du das einfach alles rausschreibst, sodass du es dann quasi nicht im Gehirn mehr hast. Ein sehr, sehr beliebtes Zitat lautet, so oder so ähnlich natürlich, unser Gehirn ist dafür, Ideen zu haben und nicht sie zu speichern. Das heißt, du möchtest während deiner Session keine unnötigen Ideen haben, wie zum Beispiel, du musst noch Hausaufgaben bis morgen machen und das kommt dann alle 15 Minuten, so kannst du dich überhaupt nicht mehr konzentrieren und kommst so auch aus deinem Fokusmodus raus. Und deswegen empfehle ich, entweder du hast ein physisches Papier oder du machst das zum Beispiel auf deinem PC, ein Fenster offen zu haben, wo du einfach während deiner Session alles rausschreibst. Das heißt, entweder du machst ein Fenster offen mit einem leeren Dokument oder du holst einen Stift und einen Zettel und legst ihn einfach an deinem Arbeitsplatz hin und das ist quasi der nächste Schritt, sodass du während deiner Session, falls du irgendwelche komischen Gedanken hast, einfach diese aufschreibst. Hört sich jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch an, aber ist einfach so. Also es macht schon Sinn, das zu tun. Einfach die Sache drausschreiben. Schritt 5 ist ein Ritual. Du musst jetzt nun deinem Gehirn klar machen, du gehst gleich in den Fokusmodus rein. Und das machst du immer mit demselben Ritual. Das ist bei jedem anders das Ritual, aber ein Ritual hilft dabei, dein Gehirn darauf vorzubereiten. Das Ritual können verschiedene Dinge sein. Du setzt dich zum Beispiel einfach mal kurz auf den Boden, Augen schließen, denkst über was nach oder du setzt dir irgendeine Sonnenbrille auf, was komisch ist oder du ziehst andere Kleidung an oder keine Ahnung. Es kann einfach alles sein, was vielleicht einem Ritual entspricht und was sein Gehirn dann irgendwann auf langfristiger Sicht klar macht. Du gehst gleich in den Fokusmodus rein. Das würde natürlich am Anfang noch nicht so helfen, weil dein Gehirn einfach noch nicht weiß, dass das jetzt quasi ein Auslöser für den Fokusmodus sein soll. Aber umso öfter du es machst, desto besser wirst du dadurch in den Fokusmodus kommen und desto besser wird dieses Ritual irgendwann funktionieren. Was mir gerade spontan einfällt, was ich nicht im Skript vermerkt habe, ist tatsächlich, dass es dort auch ein Experiment gibt und zwar von... Ich weiß, ich kann es einfach gerade nur beschreiben. Also, du hast einen Hund und du hast Essen und du hast so eine Glocke, die man halt einfach so läuten kann quasi. Also, immer bevor der Hund was zu essen kriegt, glockst du diese Leute. Ne, andersrum. Läutest du diese Glocke? Wenn du das immer so weitermachst quasi, weiß der Hund schon, sobald du schon diese Glocke läutest, dass es gleich Essen geben wird. Und so könntest du ihn theoretisch austricksen, indem er dann einfach gar kein Essen bekommt. Es ist ja so bei Hunden, wenn sie Essen bekommen, also, oder wissen, dass sie gleich Essen bekommen, dann läuft ihnen ganz viel Speichel aus dem Mund. Und man wird das vielleicht auch schon erkennen können, wenn man die Glocke läutet, dass schon Speichel aus dem Mund kommt, ohne dass sie überhaupt das Essen sehen. Wegen dem Ritual wissen sie, dass es gleich Essen gibt. Das war mal ein Experiment zu reflexen. Schritt Nummer 6. Du schreibst dein Ziel klar auf. Du schreibst also quasi auf, was du quasi am Ende dieser Session erreicht haben möchtest. Zum Beispiel, du möchtest den Zaubertrick perfekt technisch können. So perfekt, etwas übertrieben, aber solche Ziele einfach aufschreiben. Außerdem legst du in Schritt 6 auch noch eine Zeit für dich fest, wie lange du jetzt nun diese Session machst und wie lange du dafür brauchen wirst. Laut dem Parkinsengesetz, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, aber es heißt so, laut dem Parkinsengesetz brauchst du, wenn du dir zwei, drei Tage gibst, um dein Haus zauber zu machen, auch drei Tage dafür. Aber wenn du dir nur drei Stunden gibst, dann wirst du auch noch drei Stunden brauchen, um das Haus sauber zu machen. Also, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn du dir vielleicht etwas weniger Zeit gibst, denn du möchtest die Dinge auch schnell erledigen. Klar, habe ich ja am Anfang dieses Videos auch gesagt. Nun, Schritt 7. Jetzt bauchst du dir den bereits erwähnten Druck auf, der dich in den Fokusmodus lässt. Du überlegst dir nämlich Konsequenzen, falls du es nicht schaffen solltest, dieses Ziel zu erreichen in dieser vorgegebenen Zeit. Heißt, du hast die Session durchgemacht, diese Zeit, und du hast das Ziel entweder nicht erreicht oder brauchst noch mehr Zeit. Ey, ist eigentlich dasselbe, ne? Pff, bin dumm. Ja, ähm, nun überlegst du, was jetzt passiert, was deine Strafe dafür sein wird. Umso härter die Strafe ist, desto besser wird der vorherige Druck auch auf jeden Fall auch funktionieren. Es kann alles sein. Kein Technikverbot für einen Tag, zwei Tage, vielleicht auch sieben Tage oder keine Süßigkeiten, kein Fastfood für die nächsten sieben Tage. Es kann alles sein. Internet ausstellen, Yoga machen, okay, gut, für manches Yoga auch cool. Also, hält mich jetzt wegen dieser Aussage nicht. Einfach Konsequenzen überlegen, äh, was passiert, falls du es nicht schaffen sollst. Dieser Druck wird auf jeden Fall dich in einen intensiveren Fokus, äh, begeben. Schritt 8. Letzter Schritt, vielleicht etwas komisch, wer weiß. Und zwar schaust du einfach nur für 30 Sekunden auf deine Aufgabe. Nicht auf die, die du dir aufgeschrieben hast, sondern das, was du vor dir hast. Zum Beispiel ein Heft hast du vor dir, musst du da irgendwas reinschreiben oder du hast, äh, irgendwas offen, guckst einfach darauf quasi, also nicht das, was du aufgeschrieben hast, sondern was du gleich physisch machen wirst. Du schaust dir einfach 30 Sekunden drauf, damit dein Gehirn, damit deinem Gehirn klar wird, was du gleich tust. Du sollst es einfach nur anstarten. Du darfst blinzeln, aber nicht weggucken. Einfach quasi so reingucken. So in der Art, ne? Diesen Trick habe ich auf jeden Fall mal gesehen und, äh, kann auf jeden Fall helfen, den Fokusmodus noch intensiverer zu machen. Nachdem du dies erledigt hast, kannst du natürlich anfangen mit deiner Aufgabe, sei es Schule, zaubern, das ist ein Zauberkanal, also. Und übrigens, ähm, dieses Video hier, das wird dir auf jeden Fall noch mehr, mehr Informationen zum Auswählen der richtigen Gegenstände helfen, wenn du zauberst. Dann würde ich sagen, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und dann, ja, ciao.